Please welcome our guest of honor, Steven Spielberg. Steven Spielberg ist auf der Berlinale mit einem goldenen Bären für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Überreicht wurde der Preis an den 76-jährigen Regisseur von einem seiner Fans, von Superstar Bono. This honor has particular meaning for me because I'm a Jewish director. And I like to believe that this is a small moment in a much larger ongoing effort of healing, the broken places of history, what Jews call Tikkun Olam, the repairing and restoring of the world. Thank you so much, everybody. Nach Berlin mitgebracht hat Spielberg nicht nur seine Frau, sondern auch seinen neuen Film über sein eigenes Leben. Die Fabelmanns kommt jetzt in die europäischen Kinos.